Herzlich Willkommen! Wenn auch du wissen willst, wie es bei dir und deinem HM weitergeht, dann bleib dran. Wir schauen in das Liebesorakel nach dem kurzen Intro. Einen wunderschönen Samstag Nachmittag, bald schon Abend wünsche ich euch. Wir schauen heute hinein, wie es, in welchen Etappen es bei euch weitergeht. Also, wir haben hier so die erste Etappe von euch, die zweite und die dritte, das heißt so die nächsten drei Wochen, wie sie euch in der Liebe begleiten werden. Auch die Gedanken des HMs werden wir preisgeben dadurch und schauen natürlich hinein in dein Liebesleben. So, wir beginnen mit der Liebesorakelkarte. Es ist die neue Liebe. Eine neue Person hat deine romantischen Gefühle aufgewühlt. Keine Sorge, keine Sorge. Hier dürfen jetzt keine Alarmsignale angehen oder so, dass hier Konkurrenz mit im Spiel ist, sondern es liegt eher der Fokus darin, dass diese Liebe wirklich als neue Liebe betrachtet werden darf. Das heißt, man sollte nicht vergleichen mit früher. Man sollte wirklich im Hier und Jetzt sein. Man sollte jedem Menschen, der vielleicht auch charismatisch jemandem ähnelt oder auch in manchen Verhaltensweisen jemandem ähnelt, dennoch als neuen Menschen ansehen. Und das ist auch eine ganz, ganz wichtige Botschaft, dass man alles loslassen muss, was vor einem war. Und loslassen heißt nicht aus dem Gedächtnis streichen oder löschen, sondern nicht mehr mitfühlend dort mitzuwirken. So, ich denke, dass der HM bei dir jetzt gerade im Rückzug ist, dass du dich selbst aber auch schützt, dass du in eine gewisse Abwehrhaltung gegangen bist, dass du nicht so wirklich derzeit an wirklich diese neue Liebe glaubst, sondern hoffst, dass es alles bald vorbei ist. Aber dem sollte nicht so sein. Dieser Schutzbunker, den man sich baut, der ist eigentlich nur dafür da, das zu akzeptieren und auch zu akzeptieren, dass ein Leben immer vorwärts geht und niemand in der Abhängigkeit sein darf. Deswegen ist er wahrscheinlich derzeit im Rückzug oder in seinem Schutzbunker und du eben bei dir, die die Grenzen aufgezogen hat, die Mauer hochgezogen hat, die in ihrem Turm sich verkrochen hat und hofft, dass der Prinz bald an den Haaren heraufklettert und zeigt, dass er da ist, um sie zu erretten. Aber wer sein Haar nicht nach draußen wirft vom Turm, der kann auch nicht errettet werden. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ja, also hier sind ganz klare Pläne dabei. Für mich ist es eine familiäre Zukunft bei euch. Das heißt, ihr werdet zu 100% in meinen Augen jetzt schon nach diesen Karten zusammenkommen. Ich denke aber auch, dass derzeit sehr viele familiäre Problematiken und Thematiken hier aufgearbeitet werden. Du kannst hier auch was in der Ahnenreihe für dich auflösen, was sehr, sehr schön ist. Aber hier muss halt auch die Akzeptanz dafür kommen, dass man eventuell nicht an der ersten Reihe steht, sondern sich ein bisschen verschaukelt vielleicht auch fühlt. Vielleicht fühlst du dich auch derzeit ein bisschen hinten angestellt, nicht wahrgenommen. Das kann gut sein. Denn hier, die Problematik muss erst einmal aufgelöst werden. Ja, und Finanzsorgen sind halt auch noch da. Aber zur neuen Liebe sind auch die tiefen innigen Gefühle. Du musst einfach lernen, durch die Bearbeitung deiner Familienthematik, der Ahnenreihe eventuell, dass du hier aus deinem Rückzug herauskommst, dass du auch deine Schutzmauer ein bisschen senkst. Du sollst nicht unbedingt jetzt den ersten Schritt machen oder so, sondern einfach deine Mauer etwas senken, dass man besser an dich herankommt. Und wenn hier diese Thematik, diese zwei, familiär und finanziell bearbeitet ist, dann kann man wirklich schon weiterschauen. Das wird jetzt die nächsten sechs bis sieben Tage sehr präsent noch sein. Aber die Akzeptanz für die neue Liebe sollte ansteigen bei dir. Dann kann man auch mehr erwarten. Wir hoffen mal, dass hier der positive Verlauf dann auch zu erkennen ist. So, dann schauen wir einmal weiter. Oh, da kommt die Leidenschaft. Das ist schon mal sehr schön. Erlaube deinem Herzen und deiner Seele vor Freude zu singen. Ja, A, es ist sehr, sehr deckungsgut mit dem, was wir hier gesagt hatten, dass du loslassen sollst, das Alte, damit die neue Leidenschaft, die neue Liebe entstehen kann. Und du darfst dir jetzt auch Positives gönnen und nicht immer an die negativen Erlebnisse von damals zu denken. Denn in circa zwei Wochen wird hier was Neues geboren. Das heißt jetzt nicht unbedingt die Beziehung, aber ich denke, das Level von eurer Kommunikation geht auf ein nächstes Level. Das Level von der Leidenschaft, von der Anziehungskraft, die ihr miteinander lebt, wird sich anheben und daher wird auch eine neue Art der Beziehung, also der bisher gelebten Beziehung angehoben. Das heißt, du persönlich bist dazu bereit, was Neues schaffen zu können, kannst jetzt aber auch dadurch erkennen, dass etwas Neues, Großes schon seine Zeit braucht. Vielleicht manchmal auch Monate und Jahre, aber lieber dauert etwas, was für immer halten kann. Monate und Jahre, wie, dass man es nie erleben darf. So sehe ich das zumindest. Ja, und sehr schön. Du darfst wieder unbeschwerlich werden wie das Kind. Du musst aber auch wissen, dass dieser große Neuanfang ja sehr, sehr kleine Schritte benötigt. Das heißt, A, in der Emotionsbasis und in der Finanzbasis auf jeden Fall keine Veranlagung zusammen machen, da beide sehr finanziell unabhängig sein wollen. Auch im Familiären muss man ja ganz langsame Schritte machen, also noch nicht über Umzug oder Zusammenzug von der großen, weiten Zukunft reden, sondern wirklich im Hier und Jetzt bleiben. Die Visionen dürfen da sein, diese kindliche, leichte Art im Spaß mal irgendwas anzusprechen, sollte auch gegeben sein. Weil die Neugeburt eurer Beziehung steht hier, dieser große Neuanfang, er steht einfach da und er steht auch wieder hier im Familiären, wie hier auch schon in der zweiten Karte. Sollte man erkennen, dass kleine Schritte notwendig sind, die Leidenschaft aber wirklich wahnsinnig steigt dadurch, weil man den anderen damit zeigt, man respektiert und schätzt ihn so wie er ist und erkennt auch an, dass jeder noch sein eigenes Leben leben kann, ohne in die Abhängigkeit des anderen zu fallen. Und dann haben wir hier das schöne Kreuz, wir haben das Kreuz, das was wahrscheinlich sagt, da das Kind hineinschaut, dass du dann auf dem richtigen Seelenplanweg bist und deinem Ruf der Seele folgen kannst. Und was haben wir denn hier? Erlaube deinem Herzen und deiner Seele vor Freude zu singen. Das bezieht sich ganz stark darauf, dass du dein Karma da wirklich fallen lassen kannst und dass du anerkennst, dass deine Seele dich schon richtig leitet. Und diese Emotionsschwankungen, die du hier immer hattest, noch bis vor kurzem oder jetzt auch noch gerade im Moment, die sind gewollt, dass du anerkennst, dass du etwas Neues liebst. Dass du nicht in deinem alten Leben stuckst, also du bleibst nicht darin stecken, sondern du bist in einem neuen Prozedere und lebst und liebst dieses auch. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man das anerkennt und dann kann man wirklich in einen wundervollen Schicksalsweg gehen. Und der Schicksalsweg, der geht in die Leidenschaft, durch die neue Liebe. Wir schauen einmal jetzt, was der Abschluss sein wird in circa drei Wochen. Wir haben ja gesagt, wir gehen Woche für Woche durch. Ja, in circa drei Wochen. Was wird uns da zu sagen sein? Seelengefährte. Ja, dies ist dein Seelengefährte. Ja, da fehlen einem manchmal doch die Worte. Wir verbinden die neue Liebe, Leidenschaft und Seelengefährte. Es ist sehr, sehr klar, dass es Seelengefährte sein muss, wenn es schon so eine lange Prozedur ist und du dann auf deinem Seelenplan, auf dem Weg deiner Seele unterwegs bist. Das ist auf jeden Fall schon mal schön. Wie geht es dann in einem großen Neuanfang los? Da haben wir das Herz. Das Herz ist positiv. Es liegt hier beim gelösten Karma, bei deinem Weg der Seele. Da bin ich auch sehr zufrieden damit. Es zeigt einfach aus, dass man dort vom Herzen her auch liebt, dass man auch anerkennt und den anderen so schätzt, wie er ist. Dass man aber auch jetzt durch dieses Loslassen und durch diese Arbeit an sich selbst wirklich sich selbst auch liebt und schätzt. Und einfach daher gesagt hat, gewisse Grenzen sind in Ordnung, aber komplett mich ausschließen aus dem Glück meines Lebens will ich nicht. Und das ist die Neugeburt hier und die bringt dir auch die tiefe Liebe. Und die tiefe Liebe zu einem Mann auf jeden Fall. Die tiefe Liebe zu einem Mann wahrscheinlich, an die du schon gar nicht mehr geglaubt hast. Du bist hier auf dem besten Weg, in die Lebensendbeziehung zu gehen. Und vor allem wird sie dich wieder sehr, sehr viel stark machen. Also in drei Wochen wirst du sehr, sehr viel Stärke dazu gewinnen. Dadurch, dass sich halt hier sehr viel gelöst hat auch. Du wirst erkennen können, dass es dein Lebenspartner ist. Und ja, da haben wir noch gesagt, du hast da schon gar nicht mehr dran geglaubt. Es wird dir ein bisschen wieder die Kraft rauben, weil alte Verhaltensmuster ja gerne kommen. Wir gucken hier gerne mal drauf. Die Finanzen werden dann nochmal eine Thematik sein. Und die ersten hatten wir hier. Der Neuanfang, an den du noch nicht ganz glaubst. Aber er ist da. Er liegt in der tiefen Liebe, wenn du loslässt, wenn du deine Mauern runterfährst. In allem kann man sagen, dass es ein positiver Weg wird. Aber natürlich auch ein Weg, der noch ein bisschen Kraft verlangen wird. Und vor allem auch Verständnis und Eingeständnisse für dich selbst. Man muss sich immer denken, man ist sich selbst am nächsten. Und so sollte man auch handeln. In diesem Sinne, einen schönen Samstagabend. Wir sehen uns morgen wieder zum Tagesorakel.